Herzlich Willkommen zu einem weiteren Produkttest hier auf apps-news.de. Heute habe ich den Reiko Akkupack 5200 hier. Wir sehen hier das Gerät, toll verarbeitet, mit Klavier und Lack versehen und wir legen das erstmal zur Seite und kommen zum Lieferumfang. Dort bekommt man neben dem Kabel, was zur Verbindung mit den einzelnen Adaptern bzw. den Geräten und dem Akku dient, insgesamt sieben verschiedene Adapter für sämtliche Herstellergeräte mitgeliefert. Ebenso noch einen Netzadapter, ein tolles Handbuch und eine formschöne Tasche für den Akku, dass man den da reinpacken kann und auch unterwegs mittragen kann. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Der Akku ist wirklich sehr, sehr schön verarbeitet. Die einzigen Anschlussmöglichkeiten sind hier, mehr brauchen wir auch nicht. Das ist ein normaler USB-Anschluss, ein Mini-USB-Anschluss und hier der Ein- und Ausschaltbutton. Wenn wir den jetzt gedrückt halten, um das Gerät anzuschalten, sehen wir hier die LEDs leuchten. Wir sehen jetzt hier aktuell 4 von 5 Leuchten. Diese 4 LEDs, die gerade leuchten, signalisieren den Akkuzustand. So, wir haben jetzt den Raikou Akku eingeschaltet. Wir haben das USB-Kabel mit dem iPhone-Adapter verbunden und stecken das nun mal an das iPhone und wir sehen jetzt, dass es beginnt zu laden. Und das war es auch schon. Ich denke, ihr habt einen Einblick bekommen, wie das Ganze funktioniert und auch noch wie das aussieht und wie der Lieferumfang vor allem ist. Also ich finde, dass das Gerät wirklich sehr, sehr gut ist. Man kann dann das Smartphone je nach Hersteller auch sehr, sehr oft aufladen und das funktioniert alles tadellos. Ich bitte euch noch in den Artikel zu schauen zum Raikou Akku Pack 5200, um da noch mehr weitere Informationen zu bekommen. Ich belange mich fürs Zusehen und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss!